kannst du sagen wie du in dieser stadt überlebt ohne surfbrett du kommst ja keine drei kommst du nicht mehr auf die andere seite wer bist du guten tag guten tag was bringt dich hier hin und dann alter fand ich wasser temtem immer toll wer ist du ich weiß dass du idris bist ja ich bin jetzt wenn wir das wissen jemand der auf die fähre wartet wo die fähre rümier kalazzo oh mein gott wie ist die alle ich habe keine ahnung wer ist das wo ist die fähre ich wüsste ich wünsche es und jetzt irgendwelche hinweise okay der hat einfach sein schiff verloren das hat nicht mehr da wo es war das lot gefahren ist aber nicht angekommen hat sich verfahren auf den zehn metern weg ach so da ist ich sehe den ausbruch für marken so ein item ne bist du nicht ja ich beide habe ich schon ich glaube nicht deshalb vergessen alles festzumachen ich glaube eher einfach es ist das hat sich verlaufen oh warte ich könnte ja den duft benutzen ich habe doch unmengen geradeaus endlich bist du die rettungs mannschaft das hat so lange gedauert wer bist du wer denkst du bin ich der könig der seeren gestrandet auf diese schrecklichen schon neben einer gestrandte fähre und ich bin eil insel 1 route 4 npc 29 hallo npc 29 oh hallo selber ist das die berühmte fähre ja zweimal täglich immer pünktlich jetzt nicht mehr ganz schöne segel katastrophe was zeig du mir mal wie du diese rostige badewanne im morgen nebel nach wie du gehst während du sämtlichen surfer und schwimmen schwimmen und korallenriffen ausweichen musst naja heute wird die fähre nicht fahren ich werde idris bescheid geben oh und will ich idris bescheid geben oder ne ich will idris bescheid geben ja bitte jetzt bin ich wirklich in schwierigkeiten halte durch ja beeil dich und wer bist du ihr seid beide captain paco ok sure haben die einfach mal ihr schiff im fels geparkt ganz klares halteverbot wauw so einmal wieder nach idris das nicht noch mal benutzen in der city sind keine so ich habe dein schiff und den captain gewonnen und mein schiff ist es aufgrund gelaufen aber es ist heile wow es ist zur rettung bereit ich habe mir solche sorgen gemacht und jetzt bin ich furchtbar erleichtert bitte nehmen dies als bezahlung zwei beleber es wird ein weichen dauern bis wir sollten unseren kunden bescheid geben dass wir den kunden in brikal de mar bitte ausrichten dass die fähre bis auf weiteres klar danke so jetzt sage ich dir da unten noch bescheid oder das bitte da unten noch bescheid sagen und es kann bald schon okay du bist beschäftigt gut dann wird an nicht mit mir wo muss ich hin gibt theodora bescheid dass die pferde auswählen brikal de mara wo nicht hier das ist das komische ding mit den kindern doch ein schöner onkel eulogel hanyu lang nicht gesehen wie geht es dir hervorragend schön das zu hören habe eine sorge machte zahlst du bist so jung ein bändiger so zu sein das hart ja niemand hat sie gesagt es wäre einfach oder eine steile lernkugel du wirst du schaffst das schon toll drei meter weiter ich sollte eigentlich andere temtem reinnehmen und die leveln glaube ich warum kann ich hier dann gehen schön dich wiederzusehen hatte besser wachsen ich muss also einmal nach brikal einfach laufen ich brauche keine fahrung level für die temtem das problem ist dass die temtem die ich gerade habe hier gefühlt keine level bekommen also nicht so schnell es würde ewigkeiten dauern eigentlich suche ich ja noch die blöde halskette aber anscheinend ist die von dem ganzen nach oben geschwemmt worden nicht nach unten heute das herr ich werde es auch haben ich meine wahl das ist schon ein blick in den blick aus der augen ja hier beiden redet nicht miteinander du auch nicht hallo ich bin hier alle nio tut mir doch nicht wenn ich reden und zu kämpfen auch nicht nix will die das ist der weg nach brikal immer nee das hier müsste brikal immer sein okay irgendwo in irgendeinem haus sitzt hier oder ich weiß noch nicht wo hier drin hier drin hier drin echt nicht ne gott woher soll ich mir denn merken wo die leute überall waren das ist die akademie da sind nicht hier drin ne das ist der sandwich rein wo war denn das ach so da ich sehe es die fähre fällt aus was die ganze batterie umsonst diese iris ich muss schon immer sein irgendwie zwielichtig ist vielleicht war es der captain nun lässt sich wohl nichts an wenigstens muss ich hier noch nicht mehr zeit verschwenden auch bomben nimm dieses feuerwerk okay das haben wir auch erledigt da oben komme ich nicht weiter oh da oben ist ganz viel shit aber wie komme ich da hin da ist auf jeden fall noch nicht ach so stimmt ich muss eh da hoch weil ich der einen tust hier noch den zwei oh warte 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 ich sehe gerade was ich habe was entdeckt ich habe was entdeckt ich habe was gesehen als ich auf die karte geglinzt habe obwohl ich habe eine andere idee erstes mal ist hier ganz okay shit wo eventuell kram angespült sein könnte zum beispiel die halskette und zweitens könnte ich vielleicht einfach so ein paar low level temtem grant mitnehmen und die zusammen mit meinem smessy leveln das wäre doch mal eine idee oh guck mal die sind 16 das lohnt ja fast okay lass mich jetzt mal gucken ob hier irgendwo die halskette angeschwemmt wurde anscheinend nicht da oben vielleicht hallo schwimmer jo fighten da kommt noch einer brauchst du hilfe ja hilf mir das ist alles ganz so klar ja wir können uns nur mal trinken okay was für ein langweiliger tag ich hoffe es vergisst noch immer dass er noch schwimmen kann ja schon mit zweit ja komm kleine pause von der arbeit kleiner fight hier ein duali und ein okami mhm neighbor man und 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 es Schassos. Smasy hat einfach keine Defense. Ist echt nervig. Natürlich hat er uns Bessie. Ich freue mich weiter. Natürlich musst du jetzt mal Spazie vergiften. Natürlich. Hab dich auch lieb. Oh mein Gott. Und wann habe ich das letzte mal ein Brot in meinem Chat gesehen? Bun. Tschö. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Bot will ich berühmt machen. Boah. Das ist aber teuer. Röp Genki. Oh, doch nicht. Jetzt aber. Oh. Hm. Oh. 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 Tada. Falscher Angriff. Zu spät. Du gewinnst du auf einer Fremder. Okay. wie viel tempel habe ich kann verloren 4 sie was aber hier für tempel noch mehr formus ich kann verpflichten was ich auch tun sollte wilde temtem bringen halt jetzt nicht so die bomben erfahrung keine minute so früh sie haben gerade erst ein tunnel wieder geöffnet und führte tonne aquamarine hölle hast du nie von ihr gehört nur für einen blick rein warum war der geschlossen okay mhm ist klar lolita ist hier lotti ich ne karte what the fuck mhm mhm interessant da unten ist ne quest mhm 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 angeben klar hopp mhm 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 Keine Ahnung, warum dieser Sound-Effekt so laut ist. Was haben wir jetzt? Okay. Okay. So. Und wie weit bist du schon, Marcel? Okay. 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 Level 12 ca. Okay. Oh mein Gott. Ich sehe schon, wenn ich hier alles rausgehe, ist Messi irgendwie 30 oder so. Ich kann es versuchen. Ah, das müsste eigentlich schon reichen. Wirklich reicht schon. Ja. So. Was ist hier unten? Ich hänge fest. Ah, da sind wir. Hallo. Was? Was? Nichts. Es ist nur, seit der Ort wieder eröffnet ist, kommen die Touristen zurück. Ich hätte mir Frieden und Ruhe gewünscht. Besieg mich und ich lass dich in Frieden. Tut mir leid, das zu hören. Ach, schon gut. Ist nichts zu machen. Der Mentalstarter ist übrigens nicht so geil. Der Mentalstarter ist übrigens nicht so geil. Ja, meiner auch nicht. Ist echt das Kristallvieh der gute Starter? Weil der Mini-Starter ist halt jetzt auch echt nicht so Porno. Dann wird wahrscheinlich der Kristallstarter mit der Beste sein. Was halt interessant ist. Meins ist super squishy. Du meins auch. Smessy hält nichts aus. Ähm. Jetzt tut es. Du wirst du hier weg und du parkst. Du musst dich dann wegВО behouşt. Hоны DOWN nehmen. Giftige Tinte. WTF? Okay, du wirst da. Du wirst diesen Weg doch실 Lucas nichtにちは. No, no way. das ist nicht gut hier und du machst einen Schwerenschlag auf ihn naja buff dich mal ich will eigentlich nur zu quest aber der giftige tinte macht richtig der mensch das ist richtig uncool ich sehe schon ich muss meinen kraken es war mal so friedlich hier ach so hier ist Boden zwei von euch ja stimmt mein Zeitpunkt ist ja tot habe ich noch eine Essenz das könnte problematisch werden das wird definitiv problematisch wenn das so weiter geht hier ich bräuchte halt noch ein bisschen ein gift pro und giftemtem für loali als combo entweder für loali oder für kaku oder sarko oder was auch immer die weiterentwicklung ist freundlich es geht doch nicht ich weiß nicht ob freundlich ich meine versuchen können was mehr schief gehen kann es nicht nebenort trainer idee also ich bin 24 27 oder halten für die leute wahrscheinlich anhand der idee suchen einfach nur bläden okay letztlich freunde ich kann nicht tippen ob müsste es nun die flächen haben was ist das inspizieren weil ich sehe den psychostarter und die sinken weißt du ob das richtig ist da würde ich gern hoch kann ich aber nicht ich werde sterben ich muss flüchten ob ich will oder nicht ich will nur zu quest natürlich scheitern in meiner flucht versuche ich glaube nicht dass das kletterausrüstung ist was ich da brauche ich glaube das ist was anderes ich will eigentlich nur da hinten an die an die quest ran oh mein gott hier sind fucking schwimmer hi hallo marina hallo hallo hallöchen genießt du die höhle wollen wir über dem terminologie sprechen kumpel du nervst ich denkst du ich bin extra hier in die einsamkeit gekommen um konversation zu betreiben äh ja oh bei der selaro was willst du äh etwas um meine tempel zu stärken nimm das und halt die klappe und jetzt lass mich alleine so können wir jetzt reden nein oh das war die ganze sidequest okay ich muss hier raus du hast nichts bekommen und du kannst mich nicht finden also in du hä oh stimmt die search geht immer noch nicht du bist bei mir auch wieder raus cool oh warte mal muss ich dich vielleicht irgendwo adden in dem menü achte search freundschaftskampf inspizieren äh kann ich dich irgendwie adden bewegen flüstern geht nicht behandeln geht wahrscheinlich auch nicht was ist das hier ich hab irgendwas gedrückt koop vielleicht äh du hast ja also ich finde die übersetzung halt super du hast keine freunde also such dir welche what the fuck ein bisschen rough ein bisschen äh ich muss dich halt jedes mal neu suchen was super weird ist warte mal geht korb korb du musst brain erreichen können und eine gruppe zu bilden okay interessant ich wollte hier raus rucksack äh rauchbombe muss ich mich vielleicht online stellen nee du solltest die ganze zeit online sein also ich das sollte daran soll es nicht liegen links oben in der ecke ach guck mal ich hab nur zu vertreten du hast plane eine freundschaftsanfrage gesendet habe ich das ok cool du bist in der ersten stadt da sollte ich ja hinkommen warte ich schaue mal eben runter oh du hast meine freundschaftsanfrage angenommen um nice ja Vielen Dank.